9,863 Punkte für Virginia Gollia, die damit in Führung geht und nun eine der unmittelbaren Konkurrenten für Anja Wilhelm, nämlich Diana Dudjeva aus Bulgarien, die nur 0,025 Punkte vor der Wolfsburgerin liegt. Eine schöne akrobatische Bahn, wenn auch am Schluss leicht gewackelt und das ist natürlich eine Tatsache, die den Kampfrichterinnen sofort auffällt. 5 Meter lang ist dieses Gerät und es müssen neben diesen akrobatischen Bahnen, die wir jetzt hier auch wieder sehen, und da fällt sie und das dürfte bedeuten, wenn Anja Wilhelm auf dem Gerät bleibt, dass sie vor Diana Dudjeva rangieren könnte. 0,5 Punkte werden hier ja für diesen Sturz abgezogen. Anja Wilhelm, die ja vor Jahren 1983 in Budapest achte, an diesem Gerät wurde, ganz überraschend muss man fast sagen, erreichte sie damals das Finale. Die Vorbereitungen für den Abgang, eine Radwände und Doppeltalto gebückt, bei einem kleinen Ausfallschritt her und die Enttäuschung. Danke. Danke.